hallo und herzlich willkommen zurück im garten bei grounded zweite staffel hallo drackner grüß dich war wie immer holprige ansage ich muss jetzt erstmal kurz ich brauche jetzt wasser wie heißt so schön gekonnt holprig und halbricht und hallo wasser komm her nicht wegkugeln stimmt du hast recht jetzt wasser holen ist schlau weil da findet sich der tau da findet sich der taue das war gereimt weißt du ich mein wenn du von mir redest in verbindung mit schlau das muss ja einfach passen aber so viel taus sehe ich gar nicht ich habe einen trocken gefunden hier ist noch einer genau der hier okay ich bin voll oh man jetzt ich habe ich meine mädchen blase jetzt muss ich wahrscheinlich alle fünf minuten pinkeln oh ich sehe auch ein wassertropfen finde ich ja lustig dass das mädchen blase heißt meine also jetzt so in echt meine blase schlimmer ist die von jedem mädchen ganz übel jetzt da jetzt wirklich eine antwort von mir sollte irgendwas zu sagen oder was ich habe nur die verbindung zur mädchen blase wollte ich nur ziehen ich glaube ja eher dass du eine alter herren blase hast du meinst du ja kann natürlich auch sein wer weiß wer weiß habe ich was zum erforschen eigentlich nein nicht zum erforschen was ist dann das nächste was ich jetzt bauen muss wie wäre es denn mit einem brauchen wir den kieselhammer für irgendwas brauchen wir auch mal den bestimmt ja auch mal meinen kieselhammer schlimmer als dad's rosenkohl das ist eigentlich für eine aussage das hat er gerade gesagt zu diesen kleinen aron beiz oder wie die heißen okay boah ich hab mich voll getrunken ich auch also ich sehe schon wir können halt jetzt so ein haufen zeug bauen so von wegen lager und so ein zeug die frage ist ob wir halt jetzt uns jetzt doch schon auf dem weg zu einer basis machen oder halt nicht vor allem wir haben ja das problem wenn wir irgendwo auf der auf dem weg sind zu irgendeiner basis wir bräuchten ja auch ein forschungs zelt am anfang zumindest in der nähe wobei die sind ja immer wieder verteilt glaube ich ja es gibt jetzt gab zumindest soweit ich weiß mindestens drei vier stück so löwzahn können wir ja ganz offensichtlich noch nicht fällen das war doch so ein thema dass wir da dann wieder eine andere axt brauchten kann sein und sein wobei ich und das fand ich jetzt ganz spannend diese meldung nicht hatte ich dachte dass man dann das ist aber neu hier sind ganz eklige löcher im boden in der irgendwas greift da unter uns schön ich gehe dann mal wo ist denn der denkt auch hier oben und fliegt eine hummel wo wir uns haben über dem gras einfach was wolltest du grad ähm bist du gell löwenzahn löwenzahn kannst du hier anscheinend okay dann habe ich mich nur zu dumm angestellt hatte ich jetzt auch für möglich blimme ist das hätte halt jeder für möglich ja das glaube ich auch ja bitteschön da fällt da können wir bestimmt brauchen oh hier ist wasser brauchst du noch mal wasser nö im moment nicht danke sehr dann lasse ich es einfach mal hängen lieber lass es lieber hängen genau weil ich glaube nämlich dass löwenzahn und krautstängel ist und das bräuchten wir haben wir hier rumliegen konsolgerüst stängel gerüst und krautstängel hat ich doch recht ja also ist nämlich quasi neues baumaterial so wie ich das soll ich mich schon mich schon um das wollen wir mal die quest machen mit dem laser ja warte mal kurz ich würde mal eben gucken ob ich an der werkbank mir nicht auch schon ne kleehaube bauen kann weißt du eine Kleehaube. Weil niemand hat mir Rüstung hergestellt. Ach, wir haben auch noch gar keine Truhen, ne? Nee. Brauche ich wieder Kleeblätter. Ich habe auch tatsächlich gerade nichts zum Essen. Doch, ich habe ein paar Pilze. Soll ich mal gucken, ob ich eine Kiste bauen kann? Kannst du machen? Ich sehe aber noch keine. Nee, ich sehe noch keine Kiste. Ich glaube, das mit dem Essen war immer ein Problem, gell? Oder was ist das hier? Ein Vorratskorb. Ist das eine Kiste? Also in jedem Fall brauche ich Klee. Hat eine Läusefleisch. Läusefleisch. Ja, sehe ich. Problem ist bloß, dass ich die jetzt wahrscheinlich nicht essen sollte, sondern erstmal analysieren sollte, oder? Ja, wäre wahrscheinlich besser. Das stimmt, ja. Alles erst analysieren, bevor du es isst. Ja, dann kann man jetzt Läuse-Latschen draus machen. Das ist doch schön. Aber wir können, ich kann es trotzdem beraten. Cool. Ähm, ja, was machen wir jetzt? Basis oder nicht? Ähm, wie gesagt, ich sammle gerade Klee, damit ich mir auch eine Rüstung bauen kann. Okay. Dann können wir losgehen. Das macht doch Sinn, oder nicht? Ja, passt. Hört sich gut an. Hört sich eigentlich gut an. Läuse braten. So, das sollte ich vielleicht auch gleich essen. Nom, 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 nom. Wie hat man denn repariert eigentlich? Oh, da ist wieder eine Ameise mit roten Augen. Konnte man überhaupt reparieren? Sein Werkzeug, meinst du? Ja. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ob man das neu bauen musste, oder ob man das reparieren konnte. Ah, okay. Kannst du im Inventar einfach draufklicken. Ich brauche dafür Quarzid. Warum sollte ich denn so eine rubbelige Axt mit Quarzid reparieren? Macht jetzt mal gar keinen Sinn. So, also so wie ich das sehe, bin ich jetzt auch ausgerüstet. Okay. Dann schauen wir mal ganz kurz. Da ist ein Laser. Der da hinten flackert. Okay. Ah, müssen wir entlang. Auf geht's. Oh, hier. Ich nehme Fallschirm mit. Oh, cool. Muss ich nur schnell ausrüsten. Da vorne sind Pilze. Falls du nichts zu essen hast, nimm die kleinen Pilze gerade da geradeaus. Ah. Ich habe noch neun Stück. Sehr gut. Quarzid waren auch so kleine Kieselsteine, ne? Aber nicht das hier. Das war, glaube ich, das, was du mit dem Hammer in den Höhlen dann gehauen hast. Ah ja, genau. Richtig. Äh, hier. Wo bist du da? Okay. Guck mal, hier haben wir schon Äh, Zecken. Sample. Ah ja, ja. Du erinnerst dich, nehme ich mal an. Die kleinen Mais. Ja, und da sind auch die Hängen, da schau auch überall an den Kabeln dran. Ja, ja. Ich sehe es ja. Ach so, die sind das Problem quasi. Töte sie, Rado. Töte sie. Eine Samtmilbe. Ja. So, Kabelproblem gelöst, oder? Bin der raus? Ne, ich glaube, wir müssen hier in die Höhle rein. Ach ja, richtig. Da waren ja noch mehr in der Höhle. Und hier, glaube ich, gibt es noch. Oh, scheiße. Ich laufe gerade auf einem offenen Kupferkabel entlang. Kannst du ne... Backel bauen, zufällig? Ja, hoffentlich. Backel. Beigrube. Oh. Hätte ich angegriffen? Ja. Grobes Seil und trockenen Grasbrocken. Braucht nur zweimal grobes Seil. Ne, ich brauche trockenen Gras... hast du ne Fackel, weil wir brauchen ja nur eine. Ich hab ne Fackel. Na dann. Düm, 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 düm. Boah. Äh. Bist du noch zwei? Nimm die rechte. Okay, das war's schon. Ah, hier kannst du... Hier kannst du so Schleimpilzstängel nehmen, Rado. Ich glaube, die konnte man doch auch. Ähm. Ah, kannst du es schon auseinander hacken? Ja, das geht mit dir. Ach, du hast dir einen Hammer gebaut. Ja, ja. Dauert aber halt ewig irgendwie. Das gute Quarzip, das war ein seltenes Ding, ne? Weißt du das noch? Ja. Da hatten wir so Schwierigkeiten, das dann später wieder zu finden. Ich würde auch sagen, wir lassen... Hier liegt was. Das Gap. Milbenreiter. Du würdest den Rest, das restliche Quarzip nicht abbauen hier, oder was? Ne, ich würde es dabei liegen lassen, eigentlich, dass es einfach mal hier liegt, oder? Ja. Dass wir mal alles mitnehmen. Naja, wir haben keine Kiste, deswegen würde ich... Ja, eben. Wir haben gerade was gefunden, gell? Ja, Quarzip haben wir ja auch noch nicht analysiert. Ne, ne. Und du hattest irgendwie eine Art Quest-Objekt gefunden, ne? Hatten wir nicht auch irgendwann so ganz komische Ausrüstungen gefunden in den geheimen Höhlen? Erinnerst du dich? Oh, ich... Ja, 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 ja. Hier vorne hängen zwei Wassertropfen, falls du auch Interesse hast. Oh, ja. Ich werde angegriffen. Ah, okay, hier kommt wieder so ein... Oh, der Wassertropfen hängt aber überschmutzig im Wasser. Den musst du quasi auffangen. Schauen wir mal. Kannst du den runterschlagen? Ja, warte. Danke. Na, wir sind ja ein Team. Mhm. Ist man gar nicht gewohnt von uns. Ne. Aber halt, da hinten fliegt die Hummel in die Richtung. Ah ja, jetzt sehe ich sie auch, ja. Oh, hier auch hinten auch. Hallo, Ameise? Komm mal her. Hey, Ameise. Ups. Da habe ich sie gestorben. Das ist ein Brechwerkzeug. Die ist ein Altersschwäche niedergegangen, oder? Ja. Ich drücke einfach mal... Hier sind auch wieder diese Löcher. Ja. Ich drücke hier einfach mal auf den nächsten Knopf, oder? Ja, wenn es sein muss. Oh nein, eine Sequenz. Da labere ich rein. Machst du meistens. Spiel durchgespielt. Wir sind wieder groß. Genau. Ah, okay. Das war das am Baum da hinten. Ich sehe die Holzzäune übrigens. Oh, da habe ich jetzt leider nicht aufgepasst, tatsächlich. Ja, ich schon. Ja, haha. Ich weiß, wo sie sind. Ich weiß aber, wer bei den Holzzäunen wohnt. Deswegen werde ich dir nicht den Weg dorthin zeigen. Ja, die Spinnen. Ja, genau. Willen dich zu den Spinnen. Ja, aber du musst mir eigentlich bloß einen anderen Vorschlag machen. Ne, ich habe auch keinen besseren. Also, der Punkt ist, ich würde gerne... Also, das ist halt so... Keine Ahnung, ob sich das inzwischen geändert hat. Wir wissen ja, wir werden immer mal wieder überfallen, auch von den Viechern. Genau. Und deswegen war ja der Baum relativ praktisch, weil... Bin ich jetzt wieder falsch gerannt, oder? Ne, du bist so richtig. Wo wolltest du denn hin? Für Basis. Achso. Deswegen war das ja praktisch, wenn wir weiter oben gebaut haben, wo man nicht so leicht quasi raufkommt. Ja, vor allem hatten wir ja das Thema, dass die Spinnen uns nicht erreichen konnten, ne? Genau. Und deswegen... So ein Platz werden wir wieder brauchen. Und deswegen dachte ich mir, die Holzdinger, wo du halt so komisch raufjumpen musstest, das wäre schon nicht schlecht. Aber es ist halt... Also so wie ich es in Erinnerung habe, waren quasi diese Holzzäune voll mit Spinnen. Aber müssen wir mal gucken. Vielleicht finden wir ja eine Stelle, die geeignet ist. Nicht oben. Ja, ja, schon klar. Aber dann musst du ja jedes Mal, wenn du Material zum Bauen brauchst und so, immer durch die Spinnen durch. Ähm. Ah, stimmt doch. Das war am Wasser auch dort. Weil da gab es ja auch einen Bereich, theoretisch, wo nicht so viele Spinnen waren. Hm. Ein bisschen erinnere ich mich auch. Ja, die Frage ist jetzt... Ich habe alles analysiert übrigens. Ähm. Ob wir uns da jetzt trotzdem mal aufmachen hin oder trauen wir uns noch nicht? Doch, komm. Lass uns einfach mal gehen, oder? Ja, wegen mir schon. Ja, dann. Na dann los. Du weißt, wohin hast du gesagt. Ja, ich denke, ich weiß wohin, ja. Vorbei am Tick-Tack. Und da konntest du nicht rein, oder was? Doch, rein schon. Ich habe auf der einen Seite aufgeschlagen. Aber das Tick-Tack können wir noch nicht abbauen. Achso, da hattest du gesagt, ein anderer, du folgst mir? Ja, gut. Wir brauchen ein anderes... Du hast dann... Du hast dann zum Beispiel das, ähm, Hammer-Symbol und daneben steht eine 2. So, Augen offen halten. Wir sehen schon die ersten Holz-Sachen und ich sehe die erste Spinne. Ja. Oh, da bewegt sich noch was Großes. Ja, ja, das ist noch eine gelbe Spinne, auch noch. Oh, nee, da ist ein Marienkäfer. Ja. Ein Digger. Jetzt fahrts mal hier rum so. Also links rum um diese Spinnenhöhle. Ja. Ich glaube, das war nämlich eine Spinnenhöhle hier, glaube ich. Nee, hier ist... Also den Zaun hast du aber schon gesehen, oder? Ja, ja, hier, hier. Die rechten Seite. Ja, ja. Ach so, hier ist die Höhle, ja. Ui, ui, ui. Ich glaube, hier waren aber keine... Ich glaube, hier waren keine Spinnen. Du kannst hier einfach rüber. Ich glaube, bei dem Holzzaun war eine kleine... Oh. Da hinten ist ein Spuckkäfer und hier sind überall Spinnennetze. Ja. Ja, das ist ja das, was ich meinte. Also. Wir sind im Feindesgebiet. Frage, will ich da jetzt dran vorbeilaufen? Willst du das? Hier links? Ah, ja. Ja, ich bin auch links. Ah, hier ist auch ein Spuckkäfer. Ja. Noch weiter links. Das ist die lateinische Bezeichnung, oder? Oh, hier hinten sind... Ähm... Hier hinten kämpft Stinkkäfer. Oh, ja, ja. Mit Ameisen. Ja, da können wir ja vorbei. Was sind das große hier? Äh, Spinnen. Spinnen, Spinnen, Spinnen. Oh, ja, 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 ja. Äh, hier gräbt was. Ach, da hat man eine Schafe gebraucht. Das war ein Maden. Ja, was große hier? Was meinst du? Das wo... Ist das ein Stein, unter dem wir hier gerade sind? Ich glaube schon, ja. Wäre das eine Baufläche? Gegebenenfalls obendrauf? Hm. Weiß ich nicht. Müsste mal gucken. Ich würde gerne die Ameisen hier alle looten. Die Frage ist bloß, wie aggressiv der Stinkteil hier ist. Na, nee, die waren total freundlich. Das weiß ich noch. Wo ist der denn eigentlich? Ich sehe den gerade nicht. Er ist gerade am Weggehen. Deswegen sammle ich hier gerade die ganzen Ameisensachen auf. Aber hier stinkt's, ne? Mhm. Ich wurde verletzt durch den Gestank. Aber ich glaube, der kam von dir. Ja, ich hab da einen fahren lassen. Ah, ja. Also hier ist ein Stein. Da kommt man auch nicht so leicht drauf. Hier unten ist auch eine Spinne. Also auf der Seite, wo ich bin... Ich guck mal von der Seite hier eben. Wenn man nicht so leicht draufkommt, dann wäre das ein super Baublatt. Ja, schon, ne? Also ich sehe hier... coole Aussicht bis zum Holz. Ich guck mal, ob ich hier drauf springen kann. Ja. Ja, ich bin oben drauf. Oh, das ist eigentlich ganz, ganz cool hier. Mit Aussicht auf den Tümpel. Geht da unten ist... Spinne? Und ich glaub nicht, dass hier eine Spinne raufkommt. Nee, glaub ich auch nicht. Müsste man fast mal ausprobieren, bevor wir bauen. Eine provozieren und gucken, ob wir sie hier hochlocken können. Ich glaub, ich kann's soweit leider nicht werfen. Probier's mal, ob ich eine... Da hinten ist hier auch noch eine, ne? Was liegt denn da vorne? Da liegt auch eine Getränkedose, was ja grundsätzlich schon mal bedeutet, dass wir da... Bist du über diesen Stein hier gekommen? Nee, ich bin hinter dir raufgesprungen. Achtung, ich schlop... Ja, jetzt bräuchte man den Bogen, ne? Ja, ich hab ja... Ich hab normale Steine zum Schmeißen. Ich treff sie bloß nicht. Jetzt hat... Na, schau, die haut jetzt schon ab. Ja, ja. Was ja dann bedeutet, sie hat keinen Zugang zu uns, ne? Genau. Ja, dann ist das vielleicht eine geile Baufläche hier. Ja, und vor allen Dingen, wir können hier, also da, wo wir jetzt raufgesprungen sind, wenn man da einen vorsichtigen Weg macht, dann immer sofort nach rechts abbiegt. Hier sind, glaub ich, auch nicht so viele Spinnen. Ja, die eine Spinne ist jetzt aggro auf mich hier. Äh, ich seh's, ja. Wenn ich jetzt runtergehe... Da kommt noch eine, also Spinnnachschub haben wir hier dann nämlich auch ganz ordentlich. Vor allem, ich glaub, die gelben Spinnen, die waren ja auch nicht das Problem, die zu besiegen. Nee, richtig. Also mit ein bisschen Ausrüstung und einer lockt, der andere wallert von hinten drauf. Das hatte immer funktioniert, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und wir haben hier auch Disteln zum Beispiel. Wie gesagt, Wasser ist dann auch nicht so das Problem. Also wir haben richtig viel Zeug hier. Ja, und wir sind auch am, am, äh, Wasser, ne, nah dran. Mhm. Okay, da unten ist jetzt eine Spinne. Die ist etwas näher. Ja, aber die, die haben keine Motivation hier raufzukommen, ne, so wie ich das seh. Also Motivation vielleicht schon, aber. Die andere ist auch nicht mehr aggro auf mich, okay. Oder? Doch. Doch, doch, doch. Wann hört denn das aus? Gar nicht mehr. Nie wieder. Ja, ich. Wenn einer von euch beiden stirbt. beobachte das mal kurz. Ich hüpfe mal hier kurz runter. Der sie ist da. Der sie ist ganz schnell da. Also ich renne halt jetzt weg von ihr eigentlich. Ich sehe jetzt nur ganz viele Ameisen. Ich weiß nicht, wo die Spinne ist. Ja. Also ich habe zumindestens, ja, bei mir. Ernsthaft. Du bist noch im Kampf, oder? Also dass die mir so weit hinterher rennt, das ist ja, bin ich ja auch nicht gewohnt. Findest du eine Frechheit, oder? Find ich halt komisch. Ah, jetzt ist die Kampfmusik vorbei. Ne, aber hier ist die Spinne hat immer noch rote Augen. Ich glaube, die, die Ding ist trotzdem vorbei. Gut, ähm, da müssen wir halt bauen. Also ich laufe jetzt mal zu unserer Forschungsding bin ich zurückgelaufen. Gar nicht so weit. Weil nicht, wenn man weiß, Wir haben ja jetzt auch nicht lang gebraucht, ne? Vor allem, wenn man weiß, wo man hin muss, was ich jetzt noch nicht weiß. Was liegt denn hier hinten? Ich sehe die Spinne gerade nach Hause kommen. Ja. Cool. Hore Wissenschaft. Ja, hier lag so eine, so eine, so eine Perle rum. Die Frage ist, wie komme ich denn hier jetzt am besten runter? Wie runter? Also ich bin einfach runtergesprungen von der Seite. Ich habe so viel Ameisenzeug aufgehoben, ich erforsche das mal alles. Kriegerameise, Wanddeko, Kraftträger. Oh, ich bin im Kampf. Äh, die Ameisen sind teilweise aggressiv. Ja, Ameise. Wildenhut. Bist du zu Hause, oder? Ja. Das heißt, wenn ich zu dir renne, bin ich auf dem richtigen Weg. Ja. Ja. Okay, bin zu Hause. Gut. Hä? Diese Blätter am Boden, die können einem schon mal ganz schön auf die Nerven gehen. Komm mal einfach mal hier. Häfergummi. Ja, habe ich jetzt mal gebaut. Das zur Verhütung, oder was? Genau. Er zeigt dir ja an, ähm, wenn du zum Beispiel was Neues damit erforschen kannst. Achso, sollen wir mal schnell schlafen, oder? Ja. Ich esse aber noch kurz was. Können wir noch nicht ganz. Also ich finde es dunkel genug zum Schlafen. Ja, sagt aber von der Uhrzeit her, geht noch nicht. Gefergummi kann ich jetzt so nicht erforschen. Warum? Oder haben wir das jetzt automatisch gemacht? Ah, Sprungnetz war das. Okay. Ist das dein Magne, der so knut? Ähm, ich bin knapp über halb voll eigentlich. 19.50 Uhr. Ah, du musst mal bei Herstellen übrigens gucken, wenn du irgendwas hast zum Herstellen, wie bei mir zum Beispiel gerade die Pfeile, da sind, drunter ist ein kleines Feld mit drei Fragezeichen drinnen. Also das heißt, das bauen, dann kriegst du irgendein Folgerezept. Genauso bei Faserverband zum Beispiel. Bau ich mal schneller. Ausrufezeichen, oder? Ähm, Fragezeichen meinst du? Fragezeichen. Okay, ich schlaf mal. Also ich schlaf jetzt mal. Wie sieht's denn aus? Ist das Schlafen schon wieder schon wieder die nächste Folge? Tatsächlich. Wir wären bei 26 Minuten. Würde gut passen, wir haben ja viel erlebt. Wir haben einen Platz gefunden, wo wir bauen möchten. Mhm. Würde ich sagen, ich hoffe, euch hat auch die zweite Folge gefallen. Ähm, wir hatten viel Spaß, sind von diversen Tieren verfolgt worden und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Jo, servus.